Herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Let's Play Minecraft Survival mit mir mit Mana. So, wir haben das letzte Mal aufgehört. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Irgendwas haben wir gemacht. Irgendwas haben wir gemacht. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich mir Holz besorge. Holz, äh, das besorge. Oh Mann, ich bin voll auf Seven Days to Die wieder. Ich spiele im Moment wieder Seven, muss ich aufnehmen im Moment. Habe ich gerade aufgenommen. Und, ähm, das ist Hammer, wenn man das zuerst spielt. So, ich geh mal hoch, ich geh mal hoch. Jetzt brauche ich noch mal eine Spielzeit, ne? Scheiße. Ich sollte mir hier oben auch Öfen hinbauen. Auf jeden Fall. Ah, ne, da habe ich einen. So, wo habe ich denn meine Werkkiste? Da habe ich meine Werkkiste. Drei. Oh, ich kann nur eine bauen. Es ist nur eine halt. Aber davor wollte ich noch was ganz anderes machen. Und das ist nämlich Zuckerrohr besorgen. Ich will mir nämlich Bücherregale bauen. Ich will meinen Zaubertisch natürlich irgendwo hinstellen, wo es ein bisschen passt, ne? Dafür brauche ich natürlich Zuckerrohr. Den muss ich mir anbauen. Ich habe alles aufgesammelt, ne? Ja, habe ich. Ich nehme nur noch Zuckerrohr, dann kann ich den sofort mitnehmen da unten. Da, guck, da gehe ich noch hin. Ich muss mich mal umkratzen. Huch, da ist... Oh, da ist Kohle. Die nehme ich mir gleich mal mit. Die Kohle nehme ich mir gleich mal mit. So. Da unten ist Kohle. Die nehme ich mir mal mit. Daher, daher, daher. Sehr schön. Aber es wird, glaube ich, auch schon wieder Nacht, ne? Wenn es Nacht wird, ist es natürlich egal, aber das brauche ich nicht. Die Nacht ist mir jetzt schnuppe. Muss Zuckerrohr eigentlich auf Sand gebaut werden? Ja, ne? Weil dann brauche ich noch Sand. Was geht das denn jetzt auf einmal so schnell? Äh, auf welcher Ding ist das normal? Genau, wieso habe ich das denn... Wieso wird das denn immer so schwer und so schnell wieder weggehen, ne? Alles... Ich glaube, Zuckerrohr geht nur auf Sand. Da habe ich doch Sand. Äh, jetzt brauche ich eine Schaufel. Besitze ich eine Schaufel? Besitze ich keine Schaufel. Ehrlich jetzt. Ich besitze keine Schaufel, das gibt es nicht. Oh, meine Güte. Zuckerrohr baue ich aber erst mal nicht I. Zuckerrohr baue ich hier an. Hup, 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 so, 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 und so, so, und, ja, auf der Seite mache ich das dann auch, komm. Und dann wenigstens ein bisschen mehr, weil ich brauche Bücherregale und, ähm, das ist nicht zu wenig. Ich will eine Spitzsacke bauen mit... Nimmst du auf? So, und... So. 1, 2, 3, 4. Und dann natürlich auch. So. Ach, kann ich dann nur so, echt, ey. Gut, das muss jetzt natürlich wachsen. Aber so lange kann ich dann... ...schon mal bauen. Da glaube ich brauche ich Fackeln. Spitzsacke habe ich. Schwert habe ich. Ja, dann. Dann kann ich es auch machen. Dann kann ich es auch machen. Sondern geht es weiter, aber da kommen die Zombies sowieso nicht rein. Hoffentlich. Weil ich wollte mir so eine Bibliothek bauen. Ne? Und dafür müsste ich erstmal gucken, wohin. Ich würde ja gerne... Irgendwie... So, hier runter. Natürlich sollte ich jetzt eher auch eine Fackel hinbauen. Aber dann halt... ...so ungefähr. So ja nicht... Oder? Warte mal. Hier. Zack. Gut. Dann baue ich, glaube ich, in diese Höhe. Ah. Doch. In diese Höhe. Okay. Baue ich jetzt so einfach mal rein. Und zu dieser Seite auch. Dann natürlich auch hier alles abtragen. Und einen hoch sollte das auch noch sein. Also einen höher. Oh, das wird so ein Forum. Das wird mehr... Jo, das wird mehrere Etagen. Oh nein. Das wird mehrere Etagen. Das ist geil. Das mache ich. Ich glaube, das mache ich echt. Mehrere Etagen. Hier so die erste. Die wird natürlich größer jetzt erstmal. Und dann geht es immer weiter nach unten. Und das mache ich. Das mache ich echt. Das ist eine sehr gute Idee. Die Bibliothek von... Oh, da ist Sand. Und die kleide ich natürlich dann auch aus. Die Bibliothek halt nicht mit Stein. Sondern wirklich auch. Holz. Und dann richtig schön. Alles machen. Aber die Spitzsache hält sowieso nicht. Aber ich habe ja sowieso die Sachen dabei. Das ist gut. Hier sind Zombies. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in eine Höhle vorbeikomme. Weil das wäre blöd. Ich sollte nämlich nicht in eine Höhle vorbeikommen. Hier finde ich auch kein Diamant. Deshalb esse ich mir das auch. Schnuppe. Weil ich will nämlich meine Spitzsache so verzaubern. Dass da halt äh... Wie heißt das nochmal so ein... Dienst ist es. Dass es mehr Steine bekommt. Das sollte noch größer sein. Das sieht noch zu blöd aus. Die Spitzsache ist gleich kaputt. Noch größer, ne? Das sollte noch ein größerer Raum werden. Dann mache ich da eine Dreier-Treppe irgendwo runter. Das wird sie. Ah, die Skelette sind über mir. Hier ist keine Höhle. Die sind einfach nur über mir. Das sieht noch immer aber zu... Nöp. Scheiße. Komm doch. Komm. Komm. Ab. So, dann gehe ich weiter runter. Ah, warte mal. Bevor die Spitzsache da kaputt geht... Hol ich mir das noch ab. Und mach. Boah. Kleine Zombies sind echt... Heftig. Ich mach mal als Schutz eben... Solange... Ich mach mal als Schutz, solange das dahin. Solange ich hier bin. Kleine Zombies sind heftig. Ah, jetzt muss man weiter. Okay. Die Tür kann ja ruhig kaputt, aber die Steine... Au. Geil. Silber. Eisen, meinte ich. Guck. Das ist Hammer, ey. Scheiß... Äh, scheiß Zombies. Noch einen. Auf jeden Fall noch einen. Auf die Musik freu ich mich immer, ey. So. Da müsste gleich das Eisen kommen. Genau da. Genau da. Ich hab jetzt die fröhliche Musik an, weil ich finde... Ölmusik hier. Ja, okay, warte mal. Dann sollte ich das doch noch... Noch einen weiter sowieso machen. Weil wenn ich da doch Holz mit Holz verkleide... Dann muss das sowieso... Ah, guck mal hier. Oh, was hab ich denn da gefunden? Oh, da ist noch mehr. Da ist noch immer noch mehr. So, das war's aber. Ja, und... Zumachen. Und weiterbauen. So. Mhm. Jetzt sollte es natürlich... Ein höher sein. Ne, ich muss sogar zwei höher machen. Weil da kommt ja noch Holz hin. Wobei, das könnte auch eine Stein... Ich muss gar nicht. Ich muss einfach nur mit Kobbelstone verkleiden dann. So mach ich das. Erstmal hier die Decke weg. So. Wobei, ich muss ja die Wände gar nicht mit Holz verkleiden... Und die Decke mit Stein einfallen lassen. Hm. So. Auf jeden Fall... Sollten die Bücher reinpassen sollen. Äh, reinpassen. Reinpassen sollen. Das ist ja auch gutes Deutsch. Reinpassen sollten hier auf jeden Fall Bücher. Gut, die sammeln ich mal eben auf. Huch, da habe ich eine Fackel kaputt gemacht. Äh, nein, nicht mit dem Schwert. So. Bücherregale, Bücherregale brauche ich. Aber ganz viele dann. Ich weiß auch, glaube ich, wie ich das schon baue. Ich werde hier so in der Mitte. Hier ist der Eingang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Da entsteht jetzt auch eine Sechse. Und los geht's. Also sechs auch hier. Dann habe ich es wenigstens ein bisschen symmetrischer. Ja. So. Fack halt ein. Gut. Und dann kommen hier Bücher. Dann mache ich hier in der Mitte. Weil die müssen ja einen bestimmten, ähm... Dingses, Absatz, Absatz haben, sage ich schon. Ja. Oh, es wird schon wieder Tag. Wird echt schon wieder Tag. Und dann gehe ich mal eben... Ich kann nicht sprinten. Was soll das? So. So schnell wächst natürlich nicht Zuckerrohr.